Auf halber Strecke zwischen Durham City und Newcastle, in 100 Hektar des wunderschönen Beamish Valley im Vale of Durham, erwartet Sie das South Corsi Inn, ein unabhängiges Hotel mit luxuriösen Unterkünften, flexiblen Veranstaltungsräumen und einem rustikalen Restaurant. Das South Corsi Inn ist leicht zu erreichen und bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung zum internationalen Flughafen Newcastle sowie zu den nahegelegenen Bahnhöfen Durham, Chesterless Street und Newcastle. Das Beamish Open Air Museum und die älteste Eisenbahn der Welt, Tenfield Railway, liegen nur wenige Minuten vom Inn entfernt. Weitere bemerkenswerte Attraktionen sind die historische Kathedrale von Durham, der Engel des Nordens und lokale Sportplätze wie der Emirates Riverside Cricket Club, der St. James Park und das Stadium of Light. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts nach einer Einkaufstherapie suchen, befinden sich Into Metro Center und Newcastle City in unmittelbarer Nähe. In unserer hundefreundlichen Bar finden Sie ein Kaminfeuer, eine Auswahl an Heißgetränken, eine große Auswahl an Spirituosen sowie selbstgebrautes Fassbier und destillierten Gin. Unser Angebot an Unterkünften ist perfekt für Familienurlaube, Gruppenausflüge und romantische Wochenenden. Von fabelhaften Deluxe Whirlpool-Zimmern mit einzigartigem Interieur, Whirlpools im Freien und luxuriösen Annehmlichkeiten bis hin zu wunderschön eingerichteten Doppel- und Zweibettzimmern mit atemberaubendem Blick über das Beamish Valley bieten unsere Zimmer alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen. Wir haben sogar einen Doppeldeckerbus aus den 1960er Jahren, der in eine einzigartige, verwöhnende Unterkunft mit Vintage-Dekor und privatem Whirlpool im Freien umgewandelt wurde. Perfekt für romantische Kurzurlauber der besonderen Art. Im South Cozy Inn erwarten Sie köstliche, hausgemachte Speisen in einem wunderbar rustikalen Ambiente. Egal ob Sie nach einem Nachmittagstee mit Freunden suchen oder sich für ein köstliches Abendessen zu zweit hinsetzen möchten. Unser Küchenteam hat unser umfangreiches Menü für alle Bedürfnisse zusammengestellt, mit einer breiten Auswahl an vegetarischen, veganen und glutenfreien Optionen. An der Getränkefront hier in South Cozy haben wir eine köstliche Auswahl an selbstgebrannten Gins und Craft Ales, die alle in unserer speziellen, hauseigenen Taproom und Distillery hergestellt werden. Wir haben auch ein originales Bedford TK Feuerwehrauto aus den 1960er Jahren in eine moderne Bar umgewandelt. Der Hotspot verfügt über einen beheizten Innenbereich mit gedeckten Rattansofas und Fellüberwürfen, einen zusätzlichen beheizten Außenbereich unter zwei Markisen, eine private Bar und ein Musiksoundsystem, geöffnet von Freitag bis Sonntag und zur privaten Vermietung. Das South Cozy Inn bietet Ihnen ein traditionelles Hochzeitsset auf dem Land in einer entspannten und ungezwungenen Umgebung. Unsere Old Barn und Durham Suite sind von wunderschönen Blumen und Kräutergärten, einer wilden Wiese und formelleren Rasenflächen für diese wertvollen Fotos umgeben. Wir haben auch eine eigene See-Einstellung, die wir gerne für den Transport zum und vom Tag zur Verfügung stellen. Wenn Sie auf der Suche nach einer kleineren Soiree sind, ist unsere Scheune von Beamish perfekt für diejenigen, die eine intimere Umgebung suchen. Rain & James, Heimat von Antiquitäten und vielen einmaligen Eindrücken, befinden sich auf dem Gelände des Hotels. Wir freuen uns, Sie in South Cozy Inn begrüßen zu dürfen. Für weitere Informationen rufen Sie bitte unser freundliches Team unter der Nummer 01207 23 5555 an.